Bitte um Erlaubnis einzutreten, Captain. Das ist unsere Chance. Was gehen die machen? Film schauen. Ein Feierfilm. Da gibt's Popcorn. Anker los! Es geht um Piraten. Ahoi, ihr Zwiebappen bekannt. Wir gehen auf Tinkerbell und Piraten. Weil wir den Film gewonnen haben. Und wir wollten hierher. Wir haben uns gefreut. Könnte ich nur vor, so sein wie ich bin. Denn in mir steckt noch so vieles drin. Ist alles in Aachen mit euch? Der Captain vom Schiff, also der böse Mann hier. Der hat so wie auf ihn reingelegt. Was sind denn Freunde geworden? Das habe ich schön gefunden. Wo die Piraten aus dem Schiff aus der Kate sind. Vielleicht hat mir am besten gefallen, wie die so meis gewesen sind. Mir hat mein bestes Piraten weggefallen. Aaaaaaah!